Willkommen zu Auf Posten Stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag meine Damen und Herren. Und sagen Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten Stehen. Wird die deutsche Regierung zerfallen? Jeder objektive Beobachter wird dem zustimmen, dass die deutsche Regierung in naher Zukunft zusammenbrechen wird. Aber aus ihrer Niederlage wird das hervorgehen, was viele als einen Sieg bezeichnen werden, außer dass es Verwüstung und Zerstörung für die ganze Welt bedeuten wird. Ich bin zur Zeit in Deutschland und habe so einiges erlebt, bereits jetzt schon, was man so in Amerika nicht unbedingt mitbekommt. Ich möchte hier ein wenig davon Ihnen berichten. Da hat zum Beispiel Bild International am 3. August folgendes geschrieben. Wochenlang hatte sich der konservative CDU-Vorsitzende Friedrich Merz auf sein Treffen mit dem obersten republikanischen Senator und Trump-Unterstützer Lindsey Graham gefreut. Doch Graham sagte das Treffen ab und beschuldigte Merz der Cancel Culture. Der Hintergrund Am 31. August sollten Merz und Graham bei einer Veranstaltung des konservativen Thinktanks The Republic gemeinsam auf einer Bühne stehen. Am Dienstag hatte Merz seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt. Er sagte, er wolle Graham weiterhin treffen, aber an einem anderen Ort. Wie Bild aus Kreisen um Merz erfuhr, war der CDU-Chef unglücklich über die Anwesenheit von Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der einige Stunden vor Merz auf der Bühne stehen sollte. Steinhöfel hat in der Vergangenheit unter anderem AfD-Politiker vertreten und auch den Rechtspopulisten Max Otte im Parteiausschlussverfahren. Unmittelbar nachdem Merz seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt hatte, kam heftige Kritik aus den USA. Der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell schrieb auf Twitter, dass sich der CDU-Chef vor dem Woke-Mob verbeuge. Die intolerante Linke akzeptiere keine abweichenden Meinungen, erklärte Grenell. Sie eliminieren jeden, mit dem sie nicht übereinstimmen. Sein Fazit? Schande über den erbärmlich schwachen Merz. Wochenlang war der CDU-Chef wegen seines Treffens mit Graham kritisiert worden. Als Steinhöfers Teilnahme bekannt wurde, schimpfte Konstantin von Notz, Abgeordneter der Grünen, wer an solchen Veranstaltungen wie diesen teilnimmt, macht sich selber politisch untragbar. Für Steinhöfel, den angeblichen Grund für Merz-Absage, ist klar, dass Merz wegen der Kritik der Grünen kalte Füße bekommen hatte. Die Begründung von Merz für die Absage sei nicht überzeugend und opportunistisch, sagte Steinhöfel der Bild. Er bestreitet, dass er der AfD nahesteht. Jetzt haben die US-Republikaner Merz den Preis dafür zahlen lassen, dass er möglicherweise der Kritik der Linken und der Grünen nachgegeben hat. Nur mit einem so schwachen Oppositionsführer ist die derzeitige politische Landschaft in Deutschland allein deshalb schon dem Untergang geweiht. Ganz besonders dann, wenn man sich jetzt die Regierung anschaut. Schauen wir uns einen Artikel an aus der Bild vom 7. September. Ein stammelnder Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz ist. Mitten in der Krise offenbart Robert Habeck, ich kenne mich bei Wirtschaft kaum aus. Geschäfte, die nichts mehr verkaufen, seien nicht pleite, so Habeck gestern Abend. Das sei erst dann der Fall, wenn sie mit der Arbeit immer größere Minus machen. Geht es noch ahnungsloser? Ausgerechnet der Minister, der Firmenchefs mit Vorschriften zum Energiesparen belehrt, weiß offensichtlich selbst gar nicht, wie die Wirtschaft tickt. Firmen müssen produzieren, verkaufen, Gewinne machen, sonst ist der Laden dicht. Ganz einfach. Mit seinen Erklärungen sorgt Habeck für Irritationen. Habeck schwatzt und stammelt diese Binsenweisheit einfach weg. Das ist beschämend und eine Gefahr für das Land. Eine Gefahr für das Land, sagt dieser Artikel und fährt fort. Das Amt des Bundeswirtschaftsministers ist kein Trainee-Programm, in dem Politiker erst einmal monatelang herum schnuppern und sich ausprobieren können. Wer diesen Job macht, der muss ein Ass in Wirtschaftsfragen sein. Das gilt ganz besonders in Krisenzeiten. Habeck hat bei allem persönlichen Einsatz gezeigt, dass er die Voraussetzungen nicht erfüllt. Dafür hat er sich bereits zu viele Patzer geleistet. Die Gasumlage und das endgültige Atomaus zählen zu den schwersten. Interessant ist, Habeck war einer der beliebtesten Politiker in Deutschland. Das soll jetzt was heißen. Die Ampelkoalition war eine Katastrophe von Anbeginn an. Das war von vornherein absehbar. Die Opposition ist ebenfalls ohne jedwede Relevanz. Die Bibel sagt, dass ein charismatischer deutscher Führer kommen wird, um in Anführungszeichen Abhilfe zu schaffen. Leider mit schrecklichen Konsequenzen. Wie schlimm sieht es in Deutschland aus? Viel schlimmer, als ich es mir habe vorgestellt. Hier ist der Artikel Der Wieg vom 2. September. Russland hat am Freitag die Erdgasimporte durch die Nord Stream 1 Pipeline nach Europa für unbestimmte Zeit gestoppt und damit die Angst vor einer drohenden europäischen Energiekrise verstärkt. Der Energiekonzern Gazprom, der vom Kreml kontrolliert wird, erklärte, er würde die Pipeline am Samstag wie geplant wegen eines Öllecks nicht wieder in Betrieb nehmen. Das Unternehmen machte auch keine Angaben dazu, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden könnte. Die Pipeline war seit Mittwoch wegen Wartungsarbeiten geschlossen worden. Bemerkenswert ist, dass die Ankündigung von Gazprom nicht lange nach der Ankündigung der G7-Länder kam, eine Obergrenze für den russischen Ölpreis einzuführen, um Moskau und seinen Krieg in der Ukraine finanziell zu schwächen. Europa ist in hohem Maße von russischem Gas abhängig. Und eine Unterbrechung seiner Versorgung kurz vor dem Winter ist das Letzte, was der Kontinent braucht. Außerdem hat Moskau bereits Vergeltungsmaßnahmen gegen bestimmte europäische Länder ergriffen, die sich weigerten, für Lieferungen in Rubel zu zahlen, während Gazprom die Durchflussmenge von Nord Stream 1 seit Juni auf nur 20 Prozent seiner Kapazität beschränkt hat. Unter Berufung auf Wartungsprobleme und einen Streit über eine fehlende Turbine, die von westlichen Exportsanktionen betroffen ist. Soweit dieser Artikel. Aber die New York Post schrieb dann am 3. September, Die geplante Wiedereröffnung der wichtigsten russischen Gaspipeline nach Deutschland wurde gestoppt, was die Befürchtungen einer winterlichen Energiekrise in ganz Europa verschärfte. Die Ankündigung schürte den Vorwurf, dass Russland versucht, seinen Einfluss auf den Weltenergiemarkt als Waffe einzusetzen. Dies war vorhersehbar und wurde vorhergesagt, schrieb der ehemalige Außenminister Mike Pompeo am Samstag. Ich habe Deutschland davor gewarnt, sich nicht auf russische Energie zu verlassen, sagte er. Auch der ukrainische Präsident Zelensky verurteilt die Entwicklung in den sozialen Medien. Ein Sprecher des Kremls antwortete, dass Russland alle Ölverkäufe an Länder stoppen werde, die die Drohung mit der Preis-Obergrenze wahrmachen. Der deutsche Energieriese Siemens stellt die Richtigkeit der Darstellung von Gazprom in Frage, erklärt, dass Wartungs- und Ausrüstungsprobleme in keiner Weise für die Abschaltung verantwortlich sind, was ohnehin offensichtlich sein sollte. Wirtschaftsminister Habeck glaubt nicht, dass die Nord Stream 1 Pipeline je wieder geöffnet werden wird. Was bedeutet das nun? Es bedeutet, dass die Europäer und insbesondere die Deutschen enorm unter den ständig ansteigenden astronomischen Gaspreisen, die auf die unklugen und inkompetent handelnden deutschen Politiker zurückzuführen sind, die für eine ungesunde Abhängigkeit von Russland verantwortlich waren, darunter zu leiden haben. Jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen. Sie zeigen eine unglaubliche Inkompetenz, eine unglaubliche Hilflosigkeit. Und die Menschen in Europa und gerade auch in Deutschland leiden. Und sie werden auch mehr leiden. Und sie werden immer mehr frustriert werden über eine Regierung, eine Opposition, die nicht in der Lage ist, diese Probleme, die selbst verschuldet sind, zu lösen. Was bedeutet dies alles? Es bedeutet, dass jemand auf der Weltbühne erscheinen wird, in Deutschland, in Europa, der eine Lösung anbieten wird, eine Lösung in Anführungszeichen. Ein charismatischer Führer. Die Bibel nennt diesen Führer das Tier. Und dieses Tier wird kommen. In einer Krisensituation wie der jetzigen, die sich ja sehr leicht an das angliedert, was wir nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Wir haben zwei Broschüren veröffentlicht, die Sie unbedingt lesen sollten. Sie sind kostenlos. Die Titel sind Deutschland in der Prophezeiung und Europa in der Prophezeiung. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Sendung. Auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de auf postenstehen.de